Was geht ab, Freunde? Heute waren wir bei Nussrest und wollten mal testen, ob er seinem Ruf gerecht wird. Hier seht ihr, wie alles gebraten wird und da gab's einfach ein goldenes Fleisch für 3 Millionen Dollar. Was? Nach kurzer Wartezeit haben wir dann auch unseren Platz und unser Essen schon bekommen. Das Fleisch wurde für jeden schön klein geschnitten und auch mit der berühmten Technik gesalzen. Jeder hatte dann sein Essen und ich hab direkt mal einen Geschmackstest gemacht. Es hat echt ganz gut geschmeckt und dann kam auch schon direkt der Nachtisch. Hier wurde auch wieder eine kleine Show gemacht, was echt beeindruckend war. Und ich hab den Nachtisch dann probiert. Baklava mit Eis. Es war echt mega süß, aber hat ultra lecker geschmeckt. Es war im Großen und Ganzen echt lecker, ich war komplett voll und dann hieß es bezahlen. Entspannend. Entspannend.